Musik Dies ist das letzte Mal, dass ich euch schreiben werde. Musik Allein schon für eure Hilfsbereitschaft verdient ihr, es zu wissen. Diese ganze Geschichte klingt für euch womöglich wie ein dummes Hirngespinst einer Person, die sich daran erfreut, anderen Angst einzujagen. Und ich muss zugeben, dass wenn mir jemand all das erzählt hätte, ich ihn nicht ansatzweise ernst genommen hätte. Wie auch immer, die Geschichte, die ich jetzt erzählen werde, fand vor vielen Jahren statt. Und wundert euch nicht, denn erst wenn ihr alles wisst, werden sich die einzelnen Teile dieses verworrenen Puzzles ineinander setzen. Überall dort, wo es Licht gibt, gibt es auch Dunkelheit. Die beiden bedingen sich gegenseitig. So gibt es auch in unserer Welt das Böse, das unter uns weilt. Und einige der Menschen verbünden sich mit ihm. Zur Zeit einer Sonnenfinsternis, die sie als Nox in Diem bezeichnen, gelingt es einem Menschen, zur dunklen Seite Kontakt aufzunehmen. Von da an zieht sich die Spurt der Finsternis durch die Linie seines Blutes. Der erstgeborene Sohn empfängt die Dunkelheit, die sein Ahne ihm vermacht hatte. Und niemals kann es sich ereignen, dass es keinen gibt, an den der Fluch weitergegeben wird. Als ich Rose erneut traf, wusste sie es. Sie wusste, was ich in Erfahrung gebracht hatte, als wäre sie selbst dort gewesen. Sie war sich darüber im Klaren, dass ich über meine Taufe erfahren hatte, über meine Großmutter. Sie kannte alles. Es ereignete sich eines Abends, als ich, wie so oft, aus der Kirche gekommen war. Vertraut mir, an Gott glaube ich immer noch nicht. Aber was auch immer Rose war, so war sie doch gegen meine Taufe. Etwas musste an der Kirche sein, das ihr Angst machte. Und wie jeder, der verzweifelt und kein Licht am Ende des Horizonts mehr sehen kann, greife ich nach höheren Mächten. Nach dem Glauben. Die Begegnung mit ihr werde ich wohl nie wieder vergessen können, wenngleich es wohl der bedeutendste Tag für mich war und für alle Zeit bleiben wird. Roses Gesicht war kreidebleich, wie das einer Leiche. Dieses abartige Lächeln, das dir jedes Mal, wenn du es siehst, ein Stück aus deiner Seele reißt und diese Orange, diese Frucht, faulig und verrottet, so wie sie. Du weißt, dass es Zeit ist, mitzukommen, sagte sie in ihrer üblichen, ruhigen Stimme. Mit den Gedanken ringend, das Messer, das ich seither in meiner Tasche trug, in ihre Kehle zu rammen und dieser Bitch das Leben zu nehmen, beschloss ich zu antworten. Sie kam mir zuvor. Das Messer in deiner Tasche wird dir auch nicht mehr helfen, sagte sie besonnen. Du kannst mir das Leben nicht nehmen. Wetten doch, sagte ich provozierend. Und schon hatten die Worte meine Lippen verlassen, als ich es bitter bereute. Sofort wurde mir klar, wer hier vor mir stand. Zuvor noch fest entschlossen, ihr diesmal zu folgen, zögerte ich nun. Es ist nicht so leicht, wie ich es mir ausgemalt hatte. Dieser Horror muss ein Ende finden. Jemanden, der nie lebte, kannst du das Leben auch nicht rauben, dummer Junge, sagte sie erzürnt. Meine Geduld ist langsam am Ende. Zu lange haben wir gewartet. Zu lange haben wir begehrend an deiner Seite geweilt. Es ist nun wirklich an der Zeit, mir zu folgen. Ich starrte in ihre Augen und sah kein Licht, als würde ich in ein tiefes, schwarzes, alles aufsaugendes Loch starren. Ich werde nicht mitkommen, sagte ich schließlich und das Lächeln auf ihre fahlen Lippen verblasste. Gehe mit ihr, bitte, sagte die Stimme meiner Freundin hinter mir. Erschrocken und fast schon paranoid wandte ich mich um und starrte in das bleiche Gesicht, die leeren und kalten Züge und diese ausdruckslosen Augen. Nie werde ich diesen Anblick vergessen. Schatz, was ist los, rief ich entsetzt, doch sie zuckte nicht einmal mit den Wimpern. Kein einziges Mal blinzelte sie. Wie ein Zombie blickte ich in ihre Augen. Gehe mit ihr, bitte, wiederholte sie sich. Was hast du, Bitch, mit ihr gemacht, brüllte ich und wandte mich wieder zurück zu Rose. Doch sie war nicht länger dort. Gehe mit ihr, bitte, sagte die Stimme hinter mir ein weiteres Mal. Doch etwas war anders. Sie war weicher, sanfter. Langsam neigte ich meinen Kopf. Sie hatte genau dasselbe Grinsen. Wie Rose lächelte sie mich an, in den Händen eine faulige Orange haltend. Was geht hier vor, winzelte ich, die Tränen nahe. Alles drehte sich um mich und ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Die Nacht der Engel steht bevor, sagte sie und ihre Stimme wurde rau und farblos. Und wenn du nicht mitkommst, werde ich sterben, fügte sie hinzu und ich meinte, einen flehenden Unterton zu hören. Die Nacht der Engel, fragte ich. Wir fordern, was uns gehört, sagte eine tiefe und zugleich hohe Stimme. Ich weiß, dass ich verrückt klingen muss, aber auf eine andere Art könnte ich diesen Klang nicht beschreiben. Es war, als wäre es von einer anderen Welt. Nimm sie schon, sagte Roses Stimme. Und aus der Dunkelheit meines Zimmers traten zwei schemenhafte Gestalten hervor. Einzig ihre bleichen Gesichter waren es, die ich deutlich erkennen konnte. Sie war zweifelsohne Rose. Doch ihn erkannte ich nicht. Er trug einen Hut oder eine andere Kopfbedeckung, glaube ich. Wer seid ihr, wisperte ich verzweifelt. Wir sind das, was alle Menschen fürchten. Wir sehen ohne ein Auge. Wir hören ohne ein Ohr. Wir fühlen ohne Haut. Wir wissen ohne Wissen. Wir sind immer da und nie zu sehen. Und nur in einer Nacht ist es uns möglich, zu euch zu sprechen. Wir sind gleichermaßen auf euch angewiesen, so wie ihr auf uns. Ich verstehe nicht, stotterte ich. Ich verstand nichts von dem, was sie mir sagte. Vielleicht wollte ich es auch nicht begreifen. All das stieg mir zu Kopf. So ein kranken Scheiß konnte sich niemand ausdenken, sagte ich mir, versuchte mir einzureden, und das alles wäre nicht real. Es ist real, sagte meine Freundin in ihrer abartigen Stimme. Fast so, als könnte sie meine Gedanken lesen. Bist du... seid ihr Morana? Keuchte ich in Erinnerung an das, was mir mein Vater erzählt hatte. Die Menschen gaben uns viele Namen. Morana, Sensenmann und viele andere. Das taten sie schon immer. Stets versuchten sie das, was sie nicht begreifen konnten, zu verstehen. Ihr seid ein dummes Geschlecht, und doch ist euch das Schicksal zu eigen. Rede in normaler Sprache, du dumme Bitch. Sonst kannst du dir deine hässliche Orange sonst wohin stecken, fauchte ich aggressiv, wissend, dass die Ereignisse ihren Höhepunkt erreicht hatten. Im Inneren hatte ich mit dem Leben bereits abgeschlossen. Wir sind diejenigen, die ihr alle fürchtet. Wir sind der Tod. Wir holen euch nur dann, wenn es uns gestattet ist, euer Vorteil. Doch wenn jemand zu töricht ist und uns zu sich ruft, mit uns verhandeln will, ein Mensch mit unseresgleichen, so ist es uns möglich, die Grenzen unserer und eurer Natur zu überschreiten. Verstehst du nicht? Du musst mir folgen. Du hast keine Wahl. Dein Leben ist eine Tortur. Eine einzige Qual. Ich habe den Ausweg. Ich kenne ihn. Ich kann dich befreien. Es wird Zeit, mit mir zu kommen, fauchte Rose. Und jeder Laut, den sie von sich gab, war ganz und gar unmenschlich. Es war mehr ein kreischendes, mechanisches Klirren, als ob jemand einen Fingernagel über eine feuchte Scheibe zog. Was willst du von mir? Wieso soll ich kommen? Weil du musst. Ich weiß, dass du nach Erlösung suchst. Du willst, dass es vorbei ist. Ich kann dir helfen. Konntest schon immer. Nimm sie. Nimm sie endlich, du dummer Junge. Wieso? Wieso eine Orange? Erklär mir es. Herrschte ich sie an. Und ihre Lippen kreuselten sich wieder. Dieses abartige Lächeln war zurückgekehrt. Ihr begreift nicht, mit welchen Märchen ihr spielt. Dein Urahn war es, der uns herbeigerufen hat. Ewiges Leben und Reichtum hatte dieser Narr sich erhofft. Und gierig, wie er war, erfüllten wir ihm seinen Wunsch. Dekaden weilte er unter den Lebenden. Unrechtmäßig. Bezeichnete sich als Bezwinger des Todes. Doch wir wussten, dass seine Torheit uns recht bescheren würde. Den erstgeborenen Sohn seiner Blutlinie würden wir bekommen, wenn die Sommersonnenwende auf den Tag der Engel fällt. Und so warst du von Anfang an der, den wir brauchten. Von Anfang an warst du nichts weiter als eine Puppe, eine Marionette und wir zogen die Fäden. All deine Taten, all das haben wir veranlasst. Dieses dumme Weib, das du zu der Deinen gemacht hast, hat sich einst an dunkle Künsten versucht. Die Strafe warst du. Auch ihr ist der Tod vorbestimmt, war es von Anfang an. Und irgendwann, irgendwann musst du kommen, kriegste sie. Und meine Freundin trat einige Schritte näher. Ihre Augen waren gänzlich dunkel geworden. Und eine dicke, pechschwarze Flüssigkeit wie Teer tropfte auf den Boden. Zischend verdampfte sie. Und der fahle Geruch von Tod stieg mir in die Nase. Wieso diese Orange, erwiderte ich, und ich spürte, wie das Blut in meinen Adern abkühlte. Sie kennzeichnet das Opfer, das gebracht wird. Du wirst die Unseren reichlich bescheren. Je näher der Tag der Engel kommt, desto stärker fällt die Frucht, die ich halte. Und wenn sie erst ganz verdorrt ist, hast du verspielt. Nimm die Orange und folge mir, ehe es zu spät ist. Und wenn ich sie nicht nehme? Wenn du sie nicht nimmst, warf der Mann ein und gab ein röchendes Lachen von sich. Du wirst sie nehmen, sei dir sicher. Als damals, zur Zeit der Dunkelheit, als die Sonne sich schwärzte, am Nox in dir, dein Urahnd dich opferte, besiegelte er dein Schicksal. Lehnst du ab, so wirst du endlos leben, sagte er mit hämischem Unterton. Ewiges Leben? Das ist die Strafe? Verhönte ich ihn, am ganzen Leibe zitternd. Wenn du meinst, dass die letzten Jahre eine Qual waren, so ist es doch nichts im Vergleich zu dem verfluchten Leben, das dich jenseits des Tages der Engel erwartet. Des Tages der Engel? Was wollt ihr? Wenn die Sonne wendet und das Licht sich ändert und an jenem Tag die unseren Feinde einziehen, so ist die Frist abgelaufen. Folgst du uns nicht, so wird dein Leben gerettet sein. Wir verlieren unsere Macht über deinen Tod. Engel? Ich dachte, ihr seid keine Dämonen, stammelte ich, als ich zu Boden sank. Die Menschen gaben diesem Tag seinen Namen. Doch Bezeichnungen wie diese sind für uns bedeutungslos. Wir wollen den größten Schatz, den ihr erbärmlichen Kreaturen bergt. Etwas, das wir nicht besitzen. Noch nicht. Eine Seele. Und es wird aufhören, wenn ich mit euch komme? Ja, Schatz, das wird es, sagte meine Freundin, und ihre Stimme war wieder die eines Menschen, sanft und weich, wie ich sie in Erinnerung hatte. Mein Blick schweift zu Rose, die mir ihren Arm entgegenstreckte. Sie war es nun, die die Frucht hielt. Es wird wirklich Zeit, sagte sie sanft, und die Orange, faulig wie sie war, fiel zu Boden. Nie, nie werde ich mit euch kommen, sagte ich mit letzter Kraft, bis mir schließlich gänzlich schwarz vor Augen wurde. Mit meinen letzten Kräften sah ich, wie sich Roses Mimik veränderte. Ihre Augen quollen hervor, ihr Gesicht zog sich in die Länge, und zwei lange, gekrümmte Hörner brachen aus ihrer Schädeldecke aus. Und dann schlief ich ein. Mit dem Tod rechnend erwachte ich, wo ich zu Boden gesunken war. Ich war allein. Es sind nun fünf Monate vergangen, und mein Leben, sofern man es noch so nennen mag, ist schlimmer als die Hölle. Eine Krankheit hat mich ersucht, meine Haut ist ledrig und fahl. Ich spüre nichts mehr, und schwärzliche Flecken zieren meine hohlen Wangen. Meine Augen sind stets blutunterlaufen und rot. Mein Haar hat an Farbe verloren und ist bleich wie das eines Kreises. Ich ringe nach Luft und erlebe Tag ein, Tag aus das Gefühl des Erstickens. Selbstmord schien mir einst die Lösung zu sein. Doch was ich auch versuche, es schlug fehl. Weder eine Klinge im Herz noch ein Strick um den Hals konnten mich befreien. Ich verlor meine Wohnung, verlor mein Hab und Gut, verlor meine Freundin. Nie mehr habe ich sie seit diesem Tag gesehen. Doch jede Nacht, die ich im Bett liege, sehe ich Rose. Schlaf existiert in meiner traurigen Welt nicht länger. So ermüdet ich auch sein mag, finde ich doch keine Ruhe. Nacht für Nacht kommt sie an mein Bett mit ihrer bleichen Haut. Nie wieder hat sie gelächelt. Nie wieder hat sie gesprochen. Nie wieder hielt sie mir eine Orange hin. Und jetzt, da ich all das erlebt habe, da ich all das am eigenen Körper spüren musste, so verwünsche ich den, der mir das angetan hat. Ich führe ein Leben, das weniger als nicht lebenswert ist. Ein endloses Leben. Ein Fluch, den ich nicht abwimmeln kann. Ich verliere das Augenlicht und auch mein Gehör scheint nachzulassen. Ich weiß nicht, ob mein Zustand es erlaubt, ein weiteres Mal zu schreiben. Gerade als ich diesen Text tippe, werden meine Finger kälter und beginnen zu zittern. Ich verliere das Gefühl in ihnen und bald schon erschwindet mir jeder Sinn, den ich einst für selbstverständlich erachtete. Und hier sitze ich nun, frage mich, was noch kommen mag, welche Qualen mich noch erleiden mögen. Ich erwarte nicht, dass ihr mir glaubt. Ich erwarte nicht, dass ihr mir helft. Und ich warne euch, mich zu suchen. Ich will euch lediglich warnen, seht euch vor. Denn sie sind immer da, ob ihr sie sehen könnt oder nicht. Sie tun es mit Sicherheit. Wahrheit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020